ja ja Freunde Grüß euch Willkommen zurück hier auf TVD vorhandelt vorhanden wird der ist und jetzt warten auch so gehabt was sehen wir uns jetzt vor Ross Rosseid damit in der Wins Wins haben wir und weh der Aussiedlierung Boni wir haben jetzt ein Kerl gehabt und immer von der weibliche Person kommen immer 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 schnell Scheide Schnellkrieg wie die Tankstelle Prozent was ihr so widerfahren ist oder was mit ihr passiert sieht aus wie das gleiche Gebäude Red's Dinner ich habe Red's Döner gelesen ja spiel mal ein schönes Lied das hat nicht die alte Frau von vorhin die lauschen alle, man hört nichts ist das anplackt Shell, Tag 236 Hey Shell, deine Schwester ist ziemlich gut, hm? Bekka hatte eine gute Lehrerin, Steph. Danke, dass du das machst. Äh, er findet sich bereit, ich versuche Ich versuche, dass sie von ihr so viel wie möglich Dinge sind hier, für heute Ich wollte sie mit dem, was außerhalb dieser Wallen Bekka ist ein guter Kind diese sind scheiße Zeiten und sie wird durch das aber wenn wir sie von dem, was ich gesehen habe die Scheiße, ich habe gesehen Danke, Stephanie Bekka, das war großartig Danke, Sis Du denkst, wir können so etwas wie das jede Woche machen? Einverstanden, solange es uns nicht ablenken das ist eine gute Idee Das ist eine gute Idee Vielleicht können wir alle in das wie eine gewisse Talente-Talent-Show Das war großartig, Bekka Wir können alle ein bisschen mehr Musik in unsere Leben Ich habe dir gesagt, dass ich in eine Band gespielt habe? Ja, Roman, du hast uns gesagt Sie wollen es wieder hören, sie wollen es wieder hören Okay, okay In diesem Fall, wir gehen zurück zum Arbeit Oh, und dank der Arbeit der Arbeit auf der Vegetable Garten Ich glaube, ich will Ich will nicht, ich will nicht, dass du, ähm Uh-uh Ich will nicht, dass du mit denen mit denen, wenn wir in danger Okay? Ich will sie später Okay Okay Ja, achso, was machen wir jetzt? Wir gucken uns hier mal um Was haben wir da? Da? Achso, die werden noch scharf gemacht Bring mal hin da Was haben wir denn da Schönes? Wie machen wir das an Ammo? Better than we thought We haven't had to use these for a while Alles klar Oh, guck, oh Geh mal weg Was ist das denn Ansicht hier, ey? Oh, meep, meep Trinkiger Sex zum Beispiel die jetzt über den Tisch zu legen und dann schön Was haben wir denn da liegen? Still one short We never found the other flashlight? Nope Still in the cornfield somewhere, I guess Aha What did Roman want? I don't know yet Are you gonna find out? Yeah, in a sec The diner looked pretty nice back then That's because they used to pay people to clean it Also not as many dead visitors back then Okay It looks weird in here without the paintings Well, Boyd wanted something to paint his own pictures on I guess it'll be a personal gallery in here when he's done You have always got a reply, huh? That's a terrifying Did you ever find out what happened there? No Roman said it was like this when he and Stephanie found the place It could be anything these days though Still Better not to think about it Ah, mich juckt's gerade. Okay, 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 was haben wir da reinlaufen? Checken wir das mal, lalalalalala, wackeldackeld, ey. So, gehen wir mal seitwärts da rein. Okay, dann gehen wir jetzt mal raus. Lutz Küchentür. Heuerlöcher, wir sind die Inspektion an die, make sure they all work. Du willst auch alles inspec-zieher, ey, hammer hard here. Typisch. Diese Frau ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe gedacht, der Hahn ist ganz toll. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Oh Gott, was, ich würde nicht einen Kaffee im Frühjahr geben. Tja, da hilft mir der kalte Duscher, da bist du auch wieder wach morgens. Aber sonst stieg's erst mal wie ein Haar. Da sind wir rein, da sind wir raus. Was gibt's da, Mickey Maus? Guck mal da, guck doch mal dahin. Soll. Ich bin Hunger. Ich glaube, er weiß, es ist die Zeit zu essen. Das ist wunderschön. Ich kann nicht mit dir nicht zufrieden. Du weißt, deine Frau hat gesagt, dass du das nicht interessiert. Roman, wir haben uns darüber gesprochen. Bekka hat keine Probleme mit diesem Thema. Es ist besser als die Alternativen, das ist kein gutes Leben, ich weiß, aber ich kann... Ich weiß nicht, ich werde es anschauen. Ich werde zurück nach vorne. Ich freue mich auf dieses Suppe. Ich bin nicht lang. Ich bin ohne Basketball spielen. Aber bei uns schneid es da nicht. Ich würde gerne die Gegend tauschen. Schauen wir uns um, sonst ist hier nichts. Langsam, lang, hör. Du hast die Frist zu deinem Budel. Die Bären. Stoffhund? Einen echten Hund? Oh Gott. Das war die Idee. So, jetzt wissen wir, was sie frisst. Jetzt gehen wir wieder rein und fressen Suppe. Oh, ne, warte mal. Jetzt gehen wir wieder rein und fressen. Weil sonst ist ja nichts mehr. Da, geh rein. Wird sie mich verarschen? Oh Gott. Oh Gott. Das wiederholen. Oh Gott. Was ist dein Problem? Ich mache das immer so. Du bist all das so. Du bist so großartig. Ich will nicht über das so. Ich will nicht über das jetzt reden. Du bist so großartig. Was ist das? Es sind die Walkers. Ich denke, sie haben einen Puppe bekommen. Ein Puppe? Ja. Ich denke, es hat mich einfach zu sagen. Es war so klein. Du bist so großartig. Du bist so großartig. Du denkst nicht über die Babys mehr. Aber nach einer Zeit, du einfach einfach das ist. Ja. Ich denke, du... Du... Du bist irgendwie... Du... Aber dann... Du bist. 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 Das ist. Du bist. Vielleicht ist es. Wenn Clive stirbt, können wir ihn da ausziehen. Er würde auch einen besseren Watchdog machen. Bekah. Shell! Bekah! Something ist außerdem passiert. Was ist das? Ich weiß nicht. Something ist schlecht. Wir müssen Roman finden. Okay. Jetzt wird es wieder mal gespannt. Was ist das? Ach du Scheiße. Was ist so... Jees. Large him. My god... Large him. What did you do? All I did was put on the blindfold and bind his wrists. Somebody else beat him up. He already had the cuts and bruises. Watchdogs caught him trying to steal supplies. Is he bitten? No. They didn't get that close. Was hat er mitgenommen? Hat er jemanden verletzt? Äh, du weißt, er ist ein bisschen seltsam. Äh, du weißt... Dann drück ab! Da wo kein Richter, da kein Kläger! Du weißt... Du weißt... Du weißt... Es muss sein oder andere sein. Wir lassen ihn weg. Es ist die einzige richtige Sache zu tun. Ich sage dir, wir können das nicht tun. Aber ihn töten? Ist das wirklich die Antwort? Stephanie, Boyd... Ja, das ist das nächste. Du weißt... Jesus... Es gibt wirklich keine andere Wahl, oder? Wir können ihn hier nicht, und wir können ihn nicht gehen. Frau Martha... Es ist okay, wir sind hier. Aber es gibt noch eine Chance, dass ihn zurückkommen und sagen, die Leute, die wir versuchen, zu schüttern uns... Wir können es nicht riskieren. Ich will nicht, dass du dich aufhörst. Aber wenn wir das tun, sind wir alle zusammen. Wenn das wieder wieder passiert, wird es einer von euch aufhörst. Nimm die kurze mit, ich muss auch nicht sehen. Wenn du Frau Schützen willst... Na, was ist denn jetzt? Gucken, gucken, und? Jawohl, gut, alles klar. Ein Mann, ein Wort, eine Tat. Tag 259. Naja, 509. Sagen Sie... Ne? Sagen Sie... Uhhh... Sagen Sie... Das ist für's- Sagen Sie... Sie haben 7, joisch? Bäh... Sagen Sie... Sagen Sie... Sagen Sie... ... Äh, weißt du wie gefährlich das ist? Nein, niemand hat mich gesehen Du musst du das machen Du wirst uns beide in viele Probleme Ich weiß nicht, warum es so großartig ist Wir hatten noch ein Break-In, gerade vor dem Monat Becker, du wißt du, was es, wenn jemand dich sieht und folgt hier Niemand folgt mich Niemand ist folgt Michelle, ich muss dich sprechen Es open Was ist passiert? Hey, Becker Hey Okay Okay Ich werde außerhalb, du wirst mich sehen Ist das über Becker? Just come see me What was that all about? I don't know Probably not good, though Stay here It'll be just a minute I'll feel you when I get back Ja Wir laden Kattenspiel Oder solitär auspacken Was auch So, ja, hm Okay, man dampfen wir mal rüber Okay Okay Don't fake Ne How come no one's watering these? So Vielleicht auch wenn ich mal hier noch Wasser Hey Shell It's Stephanie What? Romans got it locked up like some kind of animal They said she was trying to escape They actually used that word Escape Boyd Calm down I knew something like this was going to happen, Shell I said if we killed that man we were heading down a dangerous path And now look where we are Oh my god Oh my god No, no, just take Becker and get out of here You know I can't do that Things are good here We just have to stick together and follow the rules Just Don't do anything stupid Eieieieiei Oh, was hat sie jetzt hier? Hey, I heard about Stephanie Why did she have to do that? We're safe here There's no reason to want to leave I'm sure she had her reasons I'll go talk to Roman We'll figure it out Okay Okay, all right Let's try Roman Um Truck Ah, there probably Roman? Good, you're here I heard about Stephanie I'm sorry What are you gonna do? You know what we do What happened? We caught her trying to escape We have her Maybe something else And now she's a risk Now she's a risk Do you know where she was going? What her plans were? No She had a bag with most of our ammo and medicine in it Damn it What? She screwed us, Chell All of us Now we're in that position again Where we can't keep her here And we can't let her go You do know why I'm telling you this Right? Yeah You said that next time they'd have to be one of us You went along with it last time You weren't convinced it was the right thing to do Now I need to know that you're with us 100% But she's one of us But she's one of us But she's one of us This is different No, she's not Not anymore And she tried to sneak out and leave us without any medicine or extra ammo She knew that could mean the death of any one of us In certain cases, yes Oh my god It's in the camper It's in the camper I'll give you a few minutes To get your head together God, what do I tell Becca? That's up to you Whatever you say I'll back you up Ayy 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 What's wrong? Am I in trouble? There is nothing to do with you Stephanie wanted to die You'll never hear it What I'm gonna say Is gonna be hard to hear What is it? It's Stephanie Yeah She stole a bunch of ammo and medicine and tried to escape Oh my god The hell did she do that for? Roman says we have to kill her? Yeah Why would she do this to us? She had einfach Angst She had einen Fehler gemacht Weil hier nicht mehr Because this place isn't safe anymore Ever since we killed that stranger Things have been different Roman's not trying to protect us anymore He's trying to control us But it's safe here I mean, yeah I wanna get away every now and then But I would never leave That's crazy Roman wants me to do it I'm sorry Let's just get it over with Your gun's over there In the drawer Alles klar You know, we don't have to do this We can just go What? We've survived on our own before If we just go, we can be out of here before anyone can do anything about it Are you crazy? Where would we go? There's nothing out there As long as we're here, we're safe The group will protect us But for how long? I don't know, longer than we'd survive out there Besides You know the rules If we try to leave Roman will hunt us down We don't have a choice This is who we are now I don't want this to be who we are Just let me do it then No, I'll do it You shouldn't ever have to do something like this You shouldn't ever have to do something like this I just need a second This really sucks Yeah, it does A month Chill Time None on? I don't ever want to put you in danger If that means this is what we have to become Then it is what it is I'm sorry I'm sorry I'm sorry Yes Do you see me If they look at me Ted If they look at me If they look at me And look at me If they look at me If we see him Okay trifft oder wenn ich mir als nächstes aussuchen werde, ob es jetzt der liebe Gronk ist, ob es der Sarraza ist, also aka Wade oder Vince oder halt Bonny. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao mit V.